In diesem Video wird die Formel für die Impedanz einer Parallelschaltung aus einem Widerstand und einem Kondensator hergeleitet. Der Strom, der von der Spannungsquelle geliefert wird, teilt sich auf den Widerstand und den Kondensator auf. Die Spannung ist an jedem Bauteil zu jedem Zeitpunkt gleich. Deswegen dient die Spannungsamplitude als Referenz im Zeigerdiagramm. Die Stromamplitude am ohmschen Widerstand liegt in Richtung der Spannungsamplitude. Die Stromamplitude am Kondensator eilt der Spannungsamplitude um 90 Grad voraus. Die Amplitude des Gesamtstroms ergibt sich aus der vektoriellen Addition der Stromamplituden am Kondensator und am Widerstand. Der ohmsche Widerstand ist als Quotient aus Spannungsamplitude und Stromamplitude am Widerstand definiert. Analog zum ohmschen Widerstand ergibt sich der kapazitive Blindwiderstand aus den Quotienten aus Spannungsamplitude und Stromamplitude am Kondensator. Die Impedanz der Schaltung ergibt sich aus den Quotienten der Amplitude der Gesamtspannung und der Amplitude des Gesamtstroms. Aus dem Zeigerdiagramm ergibt sich, dass für die Stromamplitude der Satz des Pythagoras gelten muss. Nach dem Umstellen der Formel für den Widerstand und den kapazitiven Blindwiderstand nach den Stromamplituden können diese in die Formel der Gesamtstromamplitude eingesetzt werden. Die Spannungsamplituden sind an allen Bauteilen gleich der Gesamtspannungsamplitude. Durch weiteres Umformen kann die Gesamtspannungsamplitude vor die Wurzel gezogen werden und durch diese dividiert werden. Die linke Seite der Gleichung entspricht dann dem Kehrwert der Gesamtimpedanz. Die Seite der Gesamt Baden Vielen Dank.